Jo Leute, was geht ab und willkommen auf meinem Kanal. Es ist Punkt 19 Uhr, das heißt, es müssten neue SPCs draußen sein. Wir gucken uns das gleich mal an. Also mal gucken, auf live. Und... Also hier ist nichts. Aber hier, Costas Manolas. 88er Karte von Costas Manolas, Leute. Sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick schon mal richtig attraktiv aus. Also nicht Manolas an sich, sondern also die Karte. Ihr wisst, was ich meine. Schauen wir uns mal die Werte an. Arbeitsraten sind schon mal richtig nice. Gering und hoch. Das passt für den Innenverteidiger. Größe 1,90, also 1,89 für Kleinkalierte. Ist auch auf jeden Fall richtig, richtig gut. Dennis, schauen wir uns mal die Attribute an. Geschwindigkeit 88, Jungs. 88 Sprintgeschwindigkeit. Das ist ja fast ein Flügelspieler. Den kann man ja schon fast auf dem rechten Flügel spielen. 82 Antritt ist nicht so wichtig. Für den Innenverteidiger kommt es eigentlich fast nur auf die Sprintgeschwindigkeit an. Und die hat er auf jeden Fall mit 88. Überragend kann man wirklich richtig geil in der Innenverteidigung spielen. Ohne hinterher Gedanken zu haben, dass man überlaufen wird. Gut, Schutz ist jetzt nicht so wichtig. 25 braucht man als Innenverteidiger sowieso nicht. Passspiel ist ein bisschen kritisch. Also 70 Pass wäre schon gar nicht so schlecht für den Innenverteidiger, wenn man zum Beispiel Seitenverlag hat. Oder was weiß ich, Kurzpässe macht, um Tiki-Taka von hinten aufzubauen. Wäre eigentlich schon wichtig. Aber 67 und 68 ist jetzt auch nicht so schlimm. Also ist kein Weltuntergang. So, gucken wir mal das Dribbling an. Beweglichkeit 73 in Ordnung. Balance für den Innenverteidiger 63 geht absolut fit. Reaktion ist sehr, sehr wichtig. Hat er 91. Das heißt, das ist der Wert dafür, wie schnell er reagieren kann, wenn der Ball mal verspringt. Oder wenn der Ball mal einfach im Leeren steht. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig für den Innenverteidiger. Das deckt er richtig gut ab mit 91. Ruhe, Composure ist auch wichtig. 85 hat er auf jeden Fall. Wie gesagt, wir gucken jetzt auch nicht so genau auf das Dribbling, denn er ist ein Innenverteidiger. Schauen wir auf das Wichtigste. Und zwar auf die Defensiv- und auf die Physis-Werte. Hier hat er Abfang 89. Richtig sexy. Kopfballpräzision 82. Geht auf jeden Fall besser. Aber die Sprungkraft macht das wieder wett. Ist ja egal, wohin er köpft. Hauptsache der Ball geht weg von unserer Abwehr. Deswegen ist das in Ordnung. So, Mann-Deckung 89. Super, super stabil. Geht auf jeden Fall richtig, richtig fit. Pferdezweikämpfe 90. Auch sehr, sehr wichtig. Hatte auf jeden Fall auch einen sehr geilen Wert. Und Grätsche 92 für mich persönlich. Einer der wichtigsten Werte, weil ich immer Grätsche wie so ein Verrückter. Ist so meine Meta. Also die Grätschen habe ich perfektioniert. So, jetzt läuft es. So, Sprungkraft 90. Extrem wichtig für einen Innenverteidiger. Vor allem, er ist ja auch 1,90 groß. Das heißt, ihr könnt euch sicher sein, dass die Kopfbälle gewonnen werden, Jungs. Also die werden gewonnen. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. So, Stärke 86 ist auch nicht verkehrt. Ausdauer für den Innenverteidiger 79 geht absolut klar. Und die Aggressivität 90 ist ein bisschen zu hoch für den Innenverteidiger. Weil der Aggressivitätswert sagt an, wie aggressiver er zum Ball hingeht. Das heißt, je höher der Aggressivitätswert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Elfmeter verursacht oder einen Freistoß verursacht. Deswegen bin ich eigentlich ein Fan von Innenverteidigern, die so zwischen 80 und 85 haben. Aber meine Güte, da können wir jetzt mal ein Auge zudrücken. So, Jungs. Die entscheidende Frage. Was wird dieser Spieler kosten? So, mal gucken. 84er Bewertung, alles rum. Zwei Spieler. Was haben wir hier? Die Karte wird locker zwischen 300.000 und 450.000 kosten, meiner Meinung nach. Ich weiß wahrscheinlich noch nichts auf Footbin. Aber das ist so meine Prognose für den Preis. Die Frage jetzt, lohnt sich die Karte oder nicht? Das Problem mit ihm, meiner Meinung nach, ist, dass man ihn nicht so gut verlinken kann. In ein Hybrid-Team. Das heißt, wenn du Manolas holst, du hast weder einen guten Toy-Huter, mit dem du einen grünen Link einbauen kannst, noch hast du einen guten Rechts. Wobei, du hast zwar Florenzi, aber reicht dann trotzdem meistens nur für sieben Chemie. Ich würde ihn mir wirklich nur machen, an eurer Stelle, falls ihr wirklich ein Serie A-Team habt. Falls ihr ein Serie A-Team habt, beziehungsweise genug Ikonen im Team, um ihn auf zehn Chemie zu bekommen, dann würde ich ihn machen. Dann würde ich ihn euch empfehlen. Von den Werten her, keine Frage. Die Werte sind auf jeden Fall spielbar, sogar mehr als spielbar. Die sind sogar richtig sexy, muss ich sagen. Aber, wie gesagt, das einzige Problem bei Manolas ist für mich die Verlinkungen. Und es ist halt die Frage, ob ihr so einen Spieler, den man nicht so gut verlinken kann, als Untrade im Team haben wollt oder nicht. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht machen, weil ich einfach, meiner Meinung nach, aktuell sehr, sehr gute Innenverteidiger habe mit Desai und Militao. Und deswegen werde ich auf ihn verzichten, obwohl er mich schon ziemlich reizt. Aber, wie gesagt, Desai ist schon eine richtige Maschine und Militao, brauche ich sowieso nicht zu sagen, ist der beste Innenverteidiger. Jungs, ich hoffe, die Review hat euch gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Einschalten und bis dann, ade, ciao.